Ach, das stimmt. Ich mache Gürtel. Ich habe Gürtel. Ich habe auch Gürtel. Hör! Du Frotzer! Ich habe auch Gürtel. Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf, jetzt beide! Lass meinen Mann los! Mann, hör auf jetzt! Hör auf, lass die beiden irgendwo die Wolken kommen! Lass die doch mal in Ruhe! Nein! Lass meinen Mann los! Arsch doch! Wann lass die doch mal mit der Arbeit in Ruhe! Blöder! Schick das jetzt! Hör auf! Ach, Schatz, komm her! Hör auf! Hör auf jetzt! Hör auf, jetzt! Vielen Dank. Schleckerei, Streit. Zwei Männer und zwei Frauen. Zwei Männer und zwei Frauen. Nein. Klaus? 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 Nein. Ihn? Schreibe dort! Schreibe dort! Schreibe dort! Doris! Doris, komm her! Leck mich am Haus! Blöda, bitte! Du hast die Schnee, wir sind rein zu. Doris, komm rein! Los! Schreibe dort! Ja, ist vorbei! Ja, ist vorbei! Ja, ist vorbei! Ja, jetzt sind wir aber hier! Jetzt muss ich mit der Dame auch mal sprechen! Wo ist meine Jacke? Sie bleiben mal bitte stehen! Hallo! Ja! Sehr schön, dass Sie hören! Nee, er wäre nur seine Jacke vor! Ja, und ich sage, Sie bleiben jetzt hier bitte schön stehen! Nein, er ist eben Ihnen da! Ja! Entschuldigung! Entschuldigung! Die Zeit ist da! Nee, nee, nee! Die ist nicht schlecht! Die ist nicht schlecht! Ja, das ist jeden Tag! Ja, das ist ja jetzt der nächste oder was! Ja, das ist ja so! Ja, jetzt muss Sie ja werden die Schmerzen greifen! Ja, das ist ja wirklich gut! Ja, das ist schon gut! Ja, das ist ja überhaupt nichts! Ja, das ist ja überhaupt nicht! Ja, das ist ja überhaupt nicht! Ja, da ist mit der dritte Strom! Ja, da ist das einfach, in das ganze Zeit! Ja, das ist das genau! Ja, da ist ja das hier beschlossene Griefteln und das ist ja gar nicht! Soll ich das mal raus? So, gut, okay. Machst du alles noch was? Alles weg, alles weg. Bruder, guck mal, das sind zwei Leute. Und jetzt hier. Puh, hau. Wenn man das mal rauskommt, kann man es, die sich nicht die zu bekommen haben. Halt das doch mal rauskommt? Hier kommt man her. Gehen wir damit weiterupfen? Und ich weiß nicht, ich weiß nur, dass... Sind Sie jetzt mal bitte ein bisschen ruhig, sonst würde ich nicht kommunizieren. Ok, gucken, ok? Ok, mais du agressivustrasse, ja? Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, warte.